Hallo Leute, was geht? Es geht weiter hier mit unserem tollen Sklaven und mit Star Wars. Star Wars mit dem Sklaven. Dieser Force Awakens. Ah. Also Jedi, Jedi, Jedi sein können wir nicht. Weißt du, du musst nicht alles wiederholen, was ich sage. Ich weiß, dass ich nicht alles wiederholen muss, was du... Oh, 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 oh. Ja, ist ja jetzt ein Sklave und sozusagen hat die Kontaktenkontrolle gemacht. Äh, war schön. Die holt das mal alles. Ja, ist halt mal ein bisschen schlecht, dann weiß man immer, dass man auch weiß, was er... Was er zu tun hat. Komm her, Sklave, 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 ich nenne dich aber Sklave. Du heißt so für mich. Und ich nenne dich dumm Kopf, ich nenne dich dumm Kopf, dumm Kopf. Komm her, dumm Kopf, so. Lass es. Und ich nenne dich dumm Kopf, so. So cool ist ganz machen wie bei, ähm, Tony Hawk, aber geht nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich übernehme die Befragung der Gefangenen. Ich habe die ganze Nacht Verhörtechniken geübt. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum derjenige die Frage stellt, ihr die Antworten nicht versteht. Verhörst nur der Name, du Idiot. Ah, das erklärt, warum meine Omanie die Ergebnisse zutage gefördert, die ich von ihr erwartet hab. Oh, sie hat kein Doppelsprung. Okay. Okay. Ja, wer da wäre sinnvoller, ne? Bring mich auf die andere Seite. Natürlich. Schnell, komm hier rüber und fahr die Brücke aus. Ich komme hier nicht durch. Das ist gar nicht, würden sie ihn angreifen? Hm. So. Aktiviert. Hör wieder ganz schlecht, der Laune hat. Er hat wieder ganz schlecht. Er hat wieder ganz schlecht eine Laune. bin ich beide? Ne, ich bin nur sie. Und einmal rein. Ja, einmal reingesteckt. Hier müssen wir uns aufteilen. Das ist ja immer hier was für ihn. Geh einfach weiter dort unten entlang und wir sollten uns bald wieder treffen. Verstanden. Was auch immer du getan hast, das war gut. In Ordnung, jetzt mach es andersrum. Okay. Oh, was ist das? Ah. Okay, sie merken das. Oh, sie weichen aber zurück. Ah, das ist interessant. Also wie sie, sie wissen zwar irgendwie, mit mir ist was anders, aber greifen auch an. Aber weichen auch dann wieder zurück, okay. Du gehst rechts lang und wartest auf mich. Ich finde einen Weg für dich. Verstanden. Einmal nach oben. Der arme, ne? Ja. Ganz ruhig jetzt. Jetzt ist mir das nicht zu oft. Für mich noch wieder entschadet. Achso. 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 Na gut, dann nicht. Dann einmal. Ah, da kann er sich langhangeln. Sie wissen, was ist denn? Äh. 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 Und ich will mal mal so schicken, ob du was kannst. tun sie mir nichts wieder weh okay ein tod eingeben das war es nur erkannt ein anderer okay die haben jetzt geschickt dass ich böse bin noch mal drei und den nächsten drei nice er sehe ich doch ja leute jetzt sind meine herzen weg damit das zeigen muss dann man hat sich die katzen die cloud ich bin da natürlich mit dem krassen code aller zeiten bei diesem code weil die ns1 leidisch werden so krass ist er in ordnung dann bin ich fertig mit ihr tut mir leid bin ich die liebe für die ich bin ich in die bühne des lebens auf dem bösen zu denen aber ich bin sturmtruppler das sind war ernsthaft na gut dann schießt wir müssen vorbereitet sein was ist haben sie die wehgetan wir sind hier um dich zu retten erst flüchten danach umarmen wir haben jede menge sprengladungen dabei nutzen wir sie in der wahl herausgezogen die kleine weiß was sie tut zum glück wir müssen uns nur überlegen wie wir das da heraus sie sind auf die schliche gekommen ja wenn ich ja die anschütze auf wiedersehen überraschungsmoment hallo sehr schön ja kein kontakt hat richtig gewährlein und Ah, okay. Tschüssi! Was denn? Dann bauen wir uns mal eine hübsche, große Bombe für dieses Ding. Nice. Okay, noch drei. Dann fliegt das hier in die Luft. Und wir fliegen davon. Ja, ja. Ich weiß, dass er umgekehrt werden muss, Jui. Ich bin gerade dabei. Zack. Nummer zwei. Hier haben wir schon die Bombe. Äh, okay. Geht's wieder hier weiter. Nee. Ah, nach hinten. Oh, hallo. Die Wolken gerade übernehmen. Hallo, Doide. Ich glaube, wir können es gebrauchen. Okay. Geil. Ah. Oh. Ich mach mal links. Ah, nicht richtig. Ah. Wieso stehe ich jetzt vor dem? Nice. Ein Wachttoide. und daraus kann ich mal und dann bauen wir hier die nächste Bombe Jo, oh, ist ja easy Ok, die dritte Bombe ist fertig, jetzt bauen wir noch eine das ist der letzte Ah, wir haben ihn, nice Ey Ist mein Kollege zufrieden Ey Dann Also wirklich Ja Schön Was Ich hab' mit anderem was mitbauen Äh, mach das hier Äh Nö Aber ich brauch' ein goldenes Teil Wo ist dieses goldene Teil Nicht weiter hier lang Ja, da ist es doch Da schießt es doch ab Schießt es doch Oh, ich hab' den langen drauf geschossen Dieser Droide wird immer weiter verstärken Rufen, wenn wir ihn nicht ausschalten Tö Stil Da Was Ey ok sehr schön nein einmal hier anbauen dann machen wir es noch mal so wie eben aber das ding hier anbauen nein ich hab's doch nein es ist ja nicht dein ernst jetzt kann sich aufheben sehr schön kipps ja dran und cool ist warte 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 und zack genau und dann haben wir jetzt der bombe ein sohn ist tot es nur knutzt dich aus wegen deiner macht wenn er hat was er will vernichtet er dich kommen wir vermissen dich jede menge sprengladungen wow ok jetzt ja jetzt ist der tod ich wundere mich schon mal die wenn diese session fest wenn diese szene passiert aber ja der abschied von han solos charakter er starb weil sein sohn gekillt hat aber gut war eine coole folge erfolge alle warte waren denn ich mag ihn ich mag es da was sowieso echt ziemlich gerne von der story her gefällt mir das sehr gut also ich bin gespannt wie das wird ich weiß nicht ob wir bei der lego star wars skywalker saga da ähm wie ist das keine skywalker saga ob wir da ähm ob wir da das auch noch mal spielen werden genau so ob es aber um abgeändert wurde dieses ding hier oder ob wir das einfach nochmal nach nochmal neu spielen dann sozusagen würde ich dann sogar machen als dessen das gleiche nochmal wäre werden tatsächlich auch über sieben nochmal in dem spiel machen weil das geht jetzt der skywalker saga gut oder aber ich danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es spaß gemacht und beim nächsten mal schaltet ihr wieder ein hier zu einer neuen folge lego star wars skywalker saga vielen vielen dank fürs zuschauen haut rein bis zum nächsten mal euren piros haut rein ciao